Dresden, gerade eben stand Schäfer Heinrich, 57, noch auf der Bühne und gab ein Konzert. Im nächsten Moment schildert der Bauer sucht Frau Starr Schreckliches im Gespräch mit Tag 24. Am gestrigen Samstag fand zum ersten Mal die Apres-Ski-Mega-Party im Stromwerk in Dresden statt. Als Hauptkünstler an dem Abend war niemand Geringeres als Schäfer Heinrich aus der 2008er Staffel Bauer sucht Frau geladen. Doch um ein Haar hätte er gar nicht auftreten können. Wie der musikalische Landwirt nämlich im Tag 24 Gespräch erzählte, wurde er erst kürzlich hinterrücks attackiert. Beim Füttern der Schafe kam von hinten eins angerannt und hat mich umgehauen, so Heinrich Gersmeier. Jetzt ist mein Knie verdreht. Doch unterkriegen ließ sich der sympathische Schlagermusiker davon nicht. Der 57-Jährige stand trotzdem auf der Bühne, tanzte sogar mit Fans. Jedoch musste er sich einschränken. Ich kann jetzt nicht so viel springen. Es fällt auch schwer, so lange zu stehen, schilderte der Schafhirte. Schäfer Heinrich noch immer auf der Suche nach der Frau fürs Leben? In der Liebe gibt es nach der Scam-Aktion nichts Neues. Ich suche noch immer die Frau fürs Leben, erzählte der TV-Bauer. Wie sollte die Richtige denn sein? Sie muss das Herz am rechten Fleck haben, tierlieb sein und verstehen, dass ich nicht immer zu Hause sein kann? Erklärte Heinrich seine Wünsche und ergänzte, ich würde sie auch gern mitnehmen zu einigen Auftritten. Schön fände er es zudem, wenn die zukünftige eigene Tiere hat und mit auf seinen Hof bringt. Eine Bedingung sei dies aber freilich nicht. Im Publikum in Dresden war diesmal offenbar niemand für den 57-Jährigen dabei. Auf die Frage, die der Schäfer an die Feiernden stellte, ob denn Landwirtinnen da wären, reagierte niemand. Trotzdem war er voller Lob für die Dresdner. Das war ein tolles Publikum. Sie hatten alle richtig viel Power. Die hörten ja gar nicht auf mit Schäfer Heinrich Oley rufen. So hat es mir einen Riesenspaß gemacht. So schön war Schäfer Heinrichs Konzert in Dresden. Nach der knapp einstündigen Show, normal sind 30 Minuten angesetzt, aber es war einfach so gut, erklärte Heinrich, gab der RTL-Star noch fleißig Autogramme und nahm sich Zeit für Fotos mit seinen Fans. Danach musste er sich im Backstage hinsetzen und das lädierte Knie mit Eiskühlen, bevor es ins, glücklicherweise nahe gelegene, Hotel ging.